Maske runter und wir stürmen das Revier Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert Ja, Freunde, 16.11. 16.11. Ist es soweit, Dortmund. Ich will euch in Dortmund sehen oder live in meinem Twitch. Holt euch die Tickets. Außer Javus Fightan, das ist außer ich. Ich bin wie Bild-Zeitung, Blitz-Video. Bruder, Javus, du kannst direkt vor Ort filmen natürlich. Du weißt doch, Bruder, komm, mach deinen Vlog. Ist Filmen erlaubt vor Ort? Ja, ihr dürft vor Ort filmen. Klar, ihr dürft Storys machen, ihr dürft Storys hochladen. Wir können dort Fotos machen zusammen. Kommt alle nach Dortmund und lasst uns dort kurz den ersten MMA-Profikampf machen. Ich kenne meinen Gegnern, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Auch einer, der wohl MMA fightet. Und was ich weiß, ist, der kommt aus dem K1-Bereich. Das heißt, er kann bestimmt gut kicken. Ich habe jetzt noch drei bis vier Wochen Training vor mir. Ich werde Gas geben. Ich bin schon gut auf Diät. Ich habe schon ein bisschen abgenommen. Und werde natürlich weiter Gas geben jetzt die nächsten Wochen. Und dann wird es sehr, sehr, sehr heiß. So, jetzt gehen wir rüber zu Icon. Wow, wow. Sieht schon vielversprechend aus. Bin ich mal gespannt. Sieht schon aus wie ein Film, Digga. Oh, das ist ja irgendwie voll laut, ne? Tschüss, Alter. Tschüss, Alter. Wow. Ah. Das ist so Private Paula Bootcamp mäßig hier mit den Plätzen. Nee. Ah, mit. Wir haben die Karten. Oder im Solo. Oder im Solo. Solo. Äua. Die Äua-Hymne. Wow, wow. Was ist der Iraner, der Bruder? Geil, Alter. Red nicht so viel Certo Petr. Nago Koskes. Geil. Ähm, ey, man muss sagen, ne? Der hat live gerappt. Naja, also das ist hier kein Playback. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ist auch, äh, muss man auch anrechnen hier. Möchte jemand Armin in seinem Team haben? Denkt daran, ihr habt jeder nur acht Spots zu vergeben. Wir würden dich bitten, den Raum zu verlassen. Ich habe genug von La Caille, zum Runterkomm noch ein Zugpuff, eh, je. Du hast aufs Draht keine Laie, werd zu Hamza-Chimayev, wenn du tanzt aus der Haie Es trifft ein Schuss von meinen Haie, fließt dein Blut, kommt ein Daie Wechselst du an die Seite, hübt dir da noch kein Manee Wir wollen nach Santa Maria, Palmen aus Plastik, es klappt mich La Diva Verdachte Haria, immer wach in der Nacht auf Sativa Die Straße ist mein Mon Bejo, wo bist du mein Atem? Nur ein Rendezvous, bin auf der Spur der Straße Nur ein Rendezvous, doch wo bist du? Geil Gut, schon sexy Wie sieht's aus, möchte jemand einen von den beiden in sein Team Also ihr beide möchtet gerne Moel 030 in eurem Team haben Moel ist jetzt deine Entscheidung zu entscheiden, zu wem du gehen musst Ja, ich grüße euer Herz erstmal Dankeschön, Dankeschön, dass ich hier sein darf Aber ich weiß, Bruder, nimm's mir nicht zu Herzen Ich feier dich, mein Bruder Mogli, ich komm zu dir, mein Bruder Sehr geil gemacht mit diesem Effekt auch und so, ne? Ich wollte, dass ich zwei nehmen, ne? Ich bin mit AJ Mo auch für Hinterstark, Bruder Und ich würd dem dann mein Team nehmen, Bruder Habibi, Bruder, was redest du? Natürlich bin ich! Danke, Bruder! Bravo! Er hat so ein bisschen was von Dingens, ne? Diese Stühle, die sich umdrehen, kommen mit meinem Team Gehen in sein Team, so diese mäßig Hier wird ans Mic Ja, mit wem bist du in deinem Team? Ich bin mit Vetlani, Suze und Musa 380 Skrpam Vetlani? Was ist das? Vetlana? Oh! 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 Schön Genau, Been Prozent Eir Und kein nix mit Drogenproblemen wie Kobaladeh Wach auf ein Bett voller Bootties und Tiddies Fussi schmeckt süß wie das Kusch in meinem Jibbi Pull up in SUVs sind voll ausgestattet mit Shooters und Blickies B**** auf dein Blog, shit bro, ich häng mit B**** in Miami Beach 300 Keys in nem Blog, Drap-Post, mein shit macht Kunden so high wie die Queen Komm in mein Ausgeldchen, vibe mit den Jeans, green an mein Eiern und weiß in den Jeans Echter Nico, mach Cash aus Prinzip, pack den J in mein Mund und ride auf den Beam Que progresso sullo strada, familia organizada Kurva, tebe, schamara, karma, tvoja, mala, nije moja, zadnja, tvoja, tvoja, boi Das ist so geil, Alter Sorry Das kam so Wie er diese Wörter ausspricht, so dieses, ich muss wie Franzose machen jetzt Das ist so dieses, ich bin Kurde aus Irak, ich rapp jetzt so mit diesem Akzent an Franzose gemixt Das war so richtig, der kam richtig aus der Hölle, Alter Mit den Jeans, green an mein Eiern und weiß in den Jeans Echter Nico, mach Cash aus Prinzip, pack den J in mein Mund und ride auf den Beam Que progresso sullo strada, familia organizada Kurva, tebe, schamara, karma, tvoja, mala, nije moja, zadnja, tvoja Weiß nicht, welche Sprache das jetzt ist, aber diese Aussprache machen jetzt alle so ein bisschen, ne, dieses Dieses Akzent Ne Ähm Machen viele Machen viele aktuell Ist bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Hat was Viele sagen Serbisch, ist das Serbisch, was er ist Weiß ich, kenn ich nicht die Sprache so Serbisch, okay Jugo Das krasse ist, er hat so krass diese Aussprache gemacht, dass ich dachte, er rappt deutsch, aber ich verstehs nicht So Voila Ich dachte, voila, wir rappen die schon auf deutsch, dass ich das nicht verstehe Ja Die machen die Wörter so krass betonen, auf andere Sprachen, ja, ne, dass ich das nicht mehr verstehen kann Oder der Rap wirklich auf einer anderen Sprache Ja Sag mir, spielst du den Vibe? Ja, und trotzdem, es war mal depressant gern Die Sonne macht mich sogar higher vom Blunt Gar keine Sorgen, der Modus ist spart Seit ein Winkel zeigt, dass er mich schon länger eilt Tanzt im knappen Kleid, yeah, that shit is moving right Er will mich, siehst du, Mann, das Cockett, yeah Tut er noch Futschi, das wieder so ein Schwätzer Labert mich voll, nett mich, mi Senorita Möchte auf, kommst einen Cock, um einen Held, yeah Einziger Cock, den ich will, ist ein Cocktail Lass ihn bezahlen und dann bin ich weg Den einzigen Cock, den ich will, ist ein Cocktail Lass ihn bezahlen Lass ihn, lass ihn Lass ihn, lass ihn Lass ihn, lass ihn Äh, scheiße, Digga Also Stimme ist cool so, aber Diese Line war, fand ich nicht so cool Aber ansonsten Hören wir weiter Wenigstens will die kein Cock Also wenigstens rappt die nicht, ich brauche einen Schwanz und so eine Scheiße Das ist schon mal gut Die, ne, so keine Bitch-Rapperin Manche Rapperin Die rappen ja so dirty So, ne, ich bin eine heiße Bitch Und ich will gefickt werden und bla bla Und die sagt ja ganz klar, halt Ich will keinen Cock Ich will einen Cocktail Ja Wenn es geht, ein Sex on the Beach Halt mal fest, diese Cocktail Halt mal diese Cock Halt mal die Cock fest Aber den fand ich cool Wie heißt der? Wie heißt der jetzt? Der hat eigentlich eine ganz coole Stimme Der heißt Alle Katier Ja, der hat eine schöne Stimme eigentlich Der ist so, ja, der ist so Latino-mäßig Ich würde auch gerne mal sagen Auf jeden Fall starke Performance von allen Wir haben gut zusammen harmoniert Wir fangen auf jeden Fall auf Killer Musa, Bruder Du hast dann Smite gekommen Du hast die Energie übernommen Ich würde gerne mein Team haben, wahr? Cool, cool Musa ist im Team Für die zwei, die jetzt nicht gewählt wurden Ich würde euch jetzt bitten, den Raum erstmal zu verlassen Okay, die beiden Die beiden jetzt nicht gewählt worden sind Sind die jetzt raus direkt? Oder ist da jetzt was Was geht da ab? Erstmal ja, okay Erstmal einen Cocktail trinken Erstmal einen Cocktail gönnen jetzt Dann Ali6-3 bitte nach vorne Ali6-3 Ali, bist du im Solo oder im Team? Ich bin im Duo mit J-Z Ich bin im Duo Ja Hat mich draußen verloren Vor sehr langer Zeit Ohne Sinn und Verstand Rechte Teufel die Hand Seele gefroren Wird langsam zu Eis im Kreis Aufgefangen von den Sünden verbrannt Z-Z taucht ab in die dritte Welt Und springt groß mit den besseren Quellen Das ist kein Spaß Wir sind kriminell Bring Flexer, Mann Denn das Geld war knapp Heute magenvoll Aber lang nicht satt Mit 16 Jahren saß ich drei Jahre ab Vom kleinen Jungen Wird schnell ein Mann Ja Atme ein, atme aus Herz, grob, pulch, dein Kopf, rauscht Komm, Kops, habs, rein, bauch, aus Zwei Kilo im Koffer Raum Geil Beide bis jetzt gut Ich finde der Typ hier hat ein bisschen Der hat so eine Der hat so eine leichte Visage Wie Der sieht aus wie Wie heißt noch mal Der Rapier-Salamin Bin ich jetzt doof, Digga Ich hab seinen Namen einfach vergessen Joni Der sieht aus wie Joni, Digga Ich schwöre, der hat ähnlichkeit mit Joni ein bisschen Ey Fühlen und holen nur auf der schiefen Bahn Ja, Kundata Ich hab Puder da Egal was du brauchst Bruder, mach alles fit Meine Klinge ist scharf Wie das Zulfikat Es wird weiter verteilt Meine Jungs sind bereit In der Homa Wir klären mit Blake Wir kommen aus der täglichsten Siedlung Ali, JZ Fuck, wir sind 3-1-3 Was? Weiter Digga, wir sind 3-1-3 Was ist da los? Da wurde der Bonus direkt gedroppt Digga, es ist die 3-1-3 Klick Shit, Digga Sofort weiter mit den beiden Aber abgesehen von den beiden Digga, wer ist der Typ hier? Der hat einfach hier Chips dabei, Digga Ich küss dein Hörst Ich küss dein Hörst Ich küss dein Hörst Ich küss dein Hörst Gut, gut, Klammern Der hat einfach Bombeerchips dabei Der hat so Chips und Trinken Genannt Der ist gerade auf der Kantine gekommen Ey, Digga Der hat einfach Chips und Trinken genannt Also erstmal Grüße, Alter Richtig geil Sulfikat, Digga Schiiten Bonus Weiter, Junge Alle beide direkt Was ist da los, Alter? Zwei Brüder auch noch, Digga 3-1-3 ist die Gang Stark Ich würde sagen, Digga Ihr harmoniert super zusammen Okay, also wenn einer von euch noch was dagegen hat Dann jetzt sprechen Ansonsten könnt ihr beide zu Team Alaba gehen Beko, bist du im Solo oder im Team? Team Deja Lu Kamer und Ouija Deja Lu Plasacentro Athena Atlas Wolfie Akela Yellow wir machen Narwena Alle warten auf La Bonneteat Would you see why die Pharmacy Flieht so high wie die Graxin Der Flagstai Piraterie So wie Monkey D Punky Kelly Siehst du sie? Was ist das? Was ist diese... Was ist diese Tuche in deinem Gesicht? Hast du eine Gardine gemacht? Er hat gedacht, das sind schwedische Gardinen. Ich küsste deine erst, Bruder. Mach doch diese Gardinen weg, mein Bruder. Bruder, der hat Amerika gefickt. Ich schwör auf meine Mutter. Der hat plötzlich Crips, der hat Salvatrucha und wie die alle heißt, der hat ihre Mutter gefickt. Der hat die ganzen Gangs in Amerika gefickt. Der hat... Der hat die alle gefickt. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Siehst du sie? Das ist mehr wie es mal war. Ich baue und baue dir ein. Mein Kopf ist schau, ich flieg weg. Die Sorgen, Bruder, ich hab viele Sorgen und ich denk immer noch an Geld. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bruder, der Klacks in meinem Schädel lässt mich, denn die Sachen machen, habe Stimmen im Kopf und sie lassen mich bloß, nein, ich habe Angst vor dieser Gottesstrafe, ich lauf, weg, renn, atme die Luft, dein Nost, ein Step, bevor Bulle mich... Ich kann diese Maske, das erinnert mich irgendwie an X-Man, dieser Endgegner von X-Man, dieser eine mit diesen roten Augen, diese Maschine, diese große, in China oder wo die sind, Bruder, ich küss dein Herz, Bruder, mach doch deine Maske wenigstens hier, dann kann man ein bisschen besser fühlen, diese Scheiße, ich küss dein Herz, Alter. Wie süß kam die von der Seite. Ey, wie kam das denn jetzt, ey, das kam jetzt echt ohne Warte, Digger. Guck mal, wie die von der Seite kommt, so. Hey, ich weiß nicht warum, aber das war wirklich... Das war irgendwie cool, Alter. Aber ey, voll sympathisch irgendwie. Also so Dingens, so ein bisschen, weiß nicht, das war so, ich kann es nicht erklären, aber das war so, oh, bitte. Ich glaube, ich bin der Einzige, das lustig finde, aber ich finde das irgendwie voll behindert. Also nicht böse gemeint, sondern so lustig wirklich. Ja, cool, cool. Also die Stimmen grundsätzlich fand ich jetzt nicht schlecht oder so. Ich finde da ein bisschen Power gefehlt, aber man darf nicht vergessen, die performen, glaube ich, live. Das ist schon auch, muss man auch erst mal drauf haben. Also, Bruder, wenn du willst, komm auf jeden Fall in mein Team oder zu Adavar, Bruder, kannst du dir aussuchen. Ja, gerne. Willst du rein? Das Playback? Ah, okay. Eigentlich habe ich auch schon mit Adavar abgesprochen. Bruder, geh dahin, wo du hingehen willst, Bruder. Ja, Bruder, ich gehe dann zum Mowgli jetzt. So, für euch drei heißt jetzt erst mal hier das Ende. Ich würde euch auch bitten, den Raum zu verlassen. So, okay. Was passiert, Bruder, egal, die Leute wissen. Oh no. Almo. Yeah. Almo, nur eins, drei. Da. Wesh. Du musst kapieren, was ich meine, du musst verstehen, was ich... Der kam, der kam... Der kam ja richtig aus Pistole geschossen, Bruder. Schieß dein Herz, Bruder. Warte, oder? Anno, nur eins, drei. Da. Boah. Almo. Du musst kapieren, was ich meine, du musst verstehen, was ich schreib, Thero. Es geht raus, es geht rein und das in meinem Dero. Und wenn ich das blieb, komm doch gerne mal vorbei, weil die Brüder, die ich kenne, sind bei jedem Scheiß dabei. Thero. Also noch bin ich auf Mama, dann. Red nicht groß, bin ich dein Pfarrer. Stopp. Ja, das Leben ist doch einfach krankhaft. Ich glaub, ich drehe mich um und mache den Scheiß ganz anders. Oh Gott. Bravo. Aber hat eigenen Style irgendwie. Also so ein bisschen sehr eigen. Sehr eigen, muss man sagen. Er hat auch so ein bisschen so zwischendurch so Jackson AdLibs. Fand ich irgendwie cool irgendwie. Irgendwie nicht, aber irgendwie doch cool. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man mehr von denen hört. Vielleicht, ne, also manche Sachen brauchen, zünden später. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so diese Schleicher. Die kommen, du denkst dir, ach, das passiert nichts. Auf einmal knallt. Eikens? Bruder, stabil. Das ist auf jeden Fall schwer, ne, natürlich. Aber es war jetzt nicht mein Geschmack, Bruder, ich kenne in den Augen. Aber trotzdem, Bruder, stabile Performance war jetzt bestätig. Ich kenne jetzt. Okay, perfekt. Dann, Almo, ich würde dich jetzt auch bitten, den Romsbelast. Das ist alles Politik. Jetzt, Almosen jetzt. Ihr wisst ganz genau, wer unter dieser Maske steckt. Ihr wisst das und ihr wollt diese Maske gerade nicht in dieses Game bringen. Aber ich sag euch, Almo hat zwei Gesichter und ich werde wiederkommen auf einer ganz anderen Art und Weise. Ah, der Almo macht diese Tricks. Der versteckt sich hinter der Maske, tut so, dass er ein anderer ist. Und dann kommt er als ein anderer. Aber da bin ich gespannt. Wenn er jetzt anders rappt und dann auf einmal genommen wird, also so weiter, das ist krass. Brudi 030, bist du im Solo? Was? Brudi 030 ist auch da? Der ist ja eigentlich jetzt jemand, der sich einigermaßen schon einen Namen gemacht hat. Eigentlich ist er kein Unbekannter. Ne, Brudi 030, der kann ja schon was. Schlecht ist der ja nicht. Bin ich mal gespannt hier. Ich bin im Solo. Gib ihm. Brudi. Aywa. Aywa. Sonnalee. Sonnalee. Schöne Grüße an alle Shabab. SLS. Ja. Geh mein Weg. Kauf für 5K eine Kalasch. Achter und Schnee. Nur noch einmal und dann Kalasch. Los. Und wieder jagt mich Tahari, ja. Neukölln nicht Justin Pieper. Sorry Papa, aber ich wurde Dealer. Herkunft Palästina. Tarek kriegt 12 wegen *** mit Basie. Joc sieht Tasch erst Schietzer und Crazy. Karl Marx, Straße trefft sich da so wie Navy. Junkie sieht aus so wie Winehouse Amy. Winehouse Amy. Schrei nicht. Ja, also er hat ja schon auch SLS gegrüßt. Das heißt, der Rap-Stil auch ähnlich wie Gringo und so weiter und so fort. Das ist halt deren Rap-Stil und so. Ist halt so sehr, sehr Straße. Ist jetzt auch nicht dieses typische Sing-Sang-Shit gewesen. Aber der Brody 030 ist eigentlich ein guter Street-Rapper so. Brody, stark, sehr viel Energie. Ich würde schon auf jeden Fall in mein Team nehmen. Broder, auf jeden Fall. Brody, das ist dein Style, Broder. Ich pumpe deine Mucke. Broder, man kennt dich schon seit Jahren. Brody, muss man. Hack, wem Hack gebührt, Broder. Alter, das ist schon krass, ne? Da sind so Leute auf der Bühne, die jetzt vielleicht nicht so berühmt sind oder nicht so lange dabei sind. Und sagen zu einem anderen, ey, ich hör dich seit Jahren. Du bist so bei einem Team. Wißt du, was ich meine? Das ist so. Ich weiß nicht, so. Das ist so komisch, so. Ich küsse dein Herz, so. Ist schon komisch, Digga. Ich meine, das ist schon so. Brody 030 ist so jetzt. Ich meine, okay, der ist das nicht der überfame, kranke, krasseste Rapper Deutschland. Aber man kennt ihn. Der hat seine Sachen gemacht. Er hat schon Songs rausgebracht. Er ist mit Leuten unterwegs. Und dann rappt er da. Und dann sitzt da einer, der halt nicht so. Und dann sagt er, ja, Mann, ich hör dich. Komm, wo ist das? Brody 030 müsste vielleicht dort sitzen und zu ihm sagen, ey, cooler Typ, komm, mein Team. Also auch nichts Böses gegen den Jungen auf der Bühne. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Er kann ja auch nichts dafür. Er ist nun mal, wer er ist. Und er ist halt jetzt da, wo er jetzt ist, weil es gerade so ist. Er kann ja auch die Zeit nicht drehen und Zeitmaschine bauen. Geht ja alles nicht, ne? Aber es ist halt trotzdem so, als Außenstehner so ein bisschen komisch, finde ich so. Valla, Liebe ist da auf jeden Fall. Bro, der schweiß nicht, du packst dir den jetzt. Sonst, Brody, Valla will dein Künstler so safe. Danke wohl, eigentlich, du weißt ja. Wir haben jetzt ein Angebot von Team Dino. Willst du es dann nehmen? Nehm ich auch. Gerne. Perfekt. Dann bitte einmal hier rüber. Chaco, non Chaco. Valla, Billa. Fua. Ewa, Chaco 2-4. Straight aus Stuttgart, Feuerbach. Feuerbach. Kicke die Pats auf Hektik. Kicke die Pats. Oh. Denn wenn wir kommen, wird das Brennenslicht. Zeige dir Mittelfinger, **** die Welt, die Schreis läuft. Redest in den falschen Drohnen, Mann, ich raste aus. Pass besser auf, was du redest, Mann. Chaco 2-4. Verdammt dich, Regeln. Oh mein Gott. Wie sieht es bei euch aus? Ja. Gibt es da einen Icon, der vielleicht Interesse hat? Sag ich ehrlich, ich finde es nicht schlecht, aber es ist gar nicht so meins, um ehrlich zu sein. Es ist, ich kicke die Bars, es ist auch so wirklich so, Savas hat angerufen. So, sein altes Ich, 1994. 1994 hat angerufen, die kicken die Bars, die wollen die Bars zurück. Ich küsse, der hat auch nicht böse gemeint. Aber ich weiß nicht, es ist nicht so meins, um ehrlich zu sein. Dann würde ich sagen, auch für dich ist hier erstmal Ende. Wir werden dich in Roms verlassen. Dani, bist du im Solo oder im Team? Ich bin im Team. Dani. Benz, Gumbach. Ding, ding. Yeah, yeah, schnick schnack, schnack, du fängst an. Yeah. Wow. Brrr. Let's go. Nur wegen ein paar Gramm an den Eiern, du P***, du P***, bist lange kein G. Ich muss auch in die Luft, ich hab Blumen, ich hab ein Kusch, M***, M.O.C.B. Tag dich am Block, ich bewege mich im Ring, als wäre ich Holy F***. Ich hab Schüsse im Eisen, an Linternaz, du mal, doch red ich von Premier League. Ja, 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 ja. Uh. Woah. Schüttle das Salto, Pussi sta tremando, Pussi sta twerkando, sei in Strada, dimmi´ quando. Italien, Mafia, Macchiavelli Ich will Zinge und den Ball und Henni Eike Gegner essen, ich muss Spaghetti Antillipusch, Tic Tac, seid ihr da sicher? Immer ein Maschattil Dein Rücken macht Flickflacks, laufen mit Zickzack Platz, gebleib Wasser zählen Deine Seite am Proto-Saltator Und am Leder-Sitz trag ich die Meck Mein Ruia, mein Brother, mein Vato Wir smocken dich... Nix Leine, Elmiudier, Famille, Drecke, Elo, Muavi Teppien, Bodil, Culo, Grosso, Gommel, Cardi Wenn ich ***, heißt es, Anni Brotten am Mut, ich weiß, wo du wurdest Wenn ich schrubt, der wirst du Pusse mit saug Aus Besuchen, sind für uns schon gewohnt Stapel, Rack, Haares Cash in jeden Farben Set, Bart, ungeflexte, Mal ist weg Manifest, Straten, weg und du machst du Yeah, Part, bank dich voll Der Charme und Topo wie Ada, ich liefer Kunt, Kunt, dem Fall Fingers much locker wie deine Chica She want it, she, she, she want it Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah She want it, she, she, she want it She want it, oh krass ich war es gut so knapp stimme war schon heftig ich fand die alle drei ganz cool also ich fand jetzt lüriß nicht überragend aber die können auf jeden fall was die sind auf jeden fall so da ist feuer das feuer ich habe das gefühl wie mit der stürmharmonik das passt irgendwie deswegen würde ich mich dafür entscheiden aber respektvoll kein problem mein bruder ich bin ganz ehrlich ich habe gesehen bei eiken 5 so du bist richtig aggressiv und das könnte zu streit kommen aber deswegen ich dich liebe an deiner seite bruder und bin da bruder anstatt bei anderen leiden hey wau 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 ja cool die Ist cool, aber erinnert mich einfach zu sehr an andere Künstler. Das hört sich alles irgendwie so sehr identisch an. Ist natürlich auch der Beat und alles ist wirklich sehr ähnlich. Es ist immer wirklich dasselbe quasi, nur die Hülle sieht anders aus. So wirklich, die Beats, die Aussprache, die Wörter, wirklich alles sehr gleich. Das heißt nicht, dass die Jungs schlecht sind, um Gottes Willen, aber es erinnert mich einfach an zehn andere. Versteht ihr, was ich meine? Und das meine ich auch nicht böse oder so. Also es ist wirklich so jetzt, wenn ich das höre, ich mache Augen zu, ich denke, ich höre einen anderen. So ja, ne. Hinterlasse ein Blue Bart, nicht deinen U-Haft, jemand ist der Ernst, frag doch mein Bruder. Was für Zeit, der Beite, keiner weiß, dass er klein verteilt mit China White. Du wirst keine Blei, ich bleib dabei, ich bin im Heifel, steigt der weiße High. Uh, 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 ja durch die Hür, ey. Waywarder, Stuttgart, alle wisst Bescheid, Mann. Also, hinter euch steckt auf jeden Fall noch viel mehr, glaube ich, ne. Ihr habt auf jeden Fall Energie und wir sind gerade hier, erste Runde, erste Challenge. Habt ihr Bock, Alter? Doppelpack, es wird Spaß machen, glaube ich. Okay, let's go. Team Biggie. Jawohl. Team Biggie. Ihr wisst Bescheid, mein Bruder und nicht da. Team Biggie hat uns beide jetzt, jetzt geht's los. Ja, war denen gegönnt. Ich bin in der Gruppe mit meinem Bruder Masra. Ha, Delil. Ha, ha, ha. Delil, mein, mein Kleiner. So. Wo ist das? Der andere? Ich bin ein miser. Ha, ha, ha. Ja, wösch, wösch. Ey, ja, mair. Erre. Okay. 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 Ich bin an der Briefprobe. Ja, also, die machen den Style cool. Die haben den Style auch gefressen. Ich kenne Delil schon, seit er ein kleiner Furz ist. Ich kenne den Jungen schon lange. Ist ein lieber Junge so. Ich gönne ihn das auch. Der hat lange Scheiße gefressen. Warum nicht? Der soll das auf jeden Fall schaffen. Den anderen kenne ich jetzt nicht. Den kenne ich jetzt nur von Delil. Die machen zwar auch diesen Style so, diesen Franz Sacker Style nach. Aber die setzen das gut um. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Leuten, die das nur nachmachen oder den Style gefressen haben. Ich finde so, Delil und der andere, die haben diesen Style gefressen. Wie ich zum Beispiel meine, die leben den Film. Die fahren nach Marseille, die drehen Video. Der Delil hat diese Kackbrille auf, die einfach beschissen aussieht. Aber wenn er die trägt, sieht das irgendwie stylisch aus. Weil er, weißt du, da ist kein Schnee. Der hat so eine Schneebrille an. Dann seine Haare sind weiß. Weiß der Geier warum. Aber irgendwie steht ihm das. Weil das ist dieser Style einfach. Das ist dieser neue Scheiß. Dieses, dieses möchte gern. Ich bin Franzose. Ich spreng ein Geldautomaten in die Luft. Dabei habe ich noch nie Geld für einen Knaller gehabt. Ich mache einen Überfall. Ich habe kein Geld für eine Knarre. Weißt du, ist cool. Finde ich cool. Ich gönne das. Die sollen auf jeden Fall durchziehen. Brauche ich hier irgendwas noch zu sagen, Bruder? Ich glaube, Peter spricht schon für sich, Bruder. Ja, Jungs. Ich will dir nichts sagen. Aber komm zu den Erwachsenen, Bruder. Ey, so was ist schon hier? Komm, wir machen das Ding anschauen, Bruder. Wo was? Ich bin auch da. Aber Jungs, damit ihr wisst, mein Angebot steht auf jeden Fall auch. Masra, Dadasch, du weißt auf jeden Fall Bescheid, Bruder. Ja, Delil auch. Mein Angebot ist auch im Raum. Bra, Mowgli. Dadasch, ich küsse dein Herz. Aber ich sehe mich eher bei Kali. Delil, wie siehst du bei dir aus? Bei mir sowieso, wie gesagt, Jungs. Ja, muss ehrlich sein. Der Delil, der hat den Style gefressen. Der hat es drauf. Der kann das umsetzen. Muss man ehrlich sagen. Der hat diesen Style. Das, das, das. Er hat es schon angepasst. Er setzt das gut musikalisch um. Und wer Delil lange kennt, ich kenne ihn ja sehr lange, ist auch ein alter Freund von mir. Ich kenne ihn, wie gesagt, sehr lange. Und er hat auch schon früher coole Musik gemacht. Er hat es auch einer, der sich entwickelt hat. Der, der probiert sich aus. Und bei ihm finde ich das am besten mit dem Style. So, weißt du, was ich meine? Bei den anderen ist das immer so komisch, so, das ist so komisch geklaut irgendwie. Bei Delil kommt mir das so vor, als ob der wirklich aus Frankreich ist. So, wenn ich jetzt nicht verstehen würde, was der Rap, würde ich denken, das ist so einer aus Marseille wirklich. Der fährt da mit seinem Kack-Roller rum, überfällt irgendwelche Leute. So, dieser Style. So, weißt du, was ich meine? Alle anderen ist mir eine Ehre. Es freut mich zu hören, dass ihr das feiert. Aber bei mir war auch schon von Anfang an klar, Team Haraga, Ekib, Katasagi, wir sind bescheißen. So sieht's auch. Bei Allah, ich mach keinen Spaß. Nix, nix. Er und ich, wir haben nicht geschlafen, wir haben beide durchgemacht. Ich bin elf Stunden hergefahren, Zug hatte zwei Stunden Verspätung. Egal, ich will nicht viel reden, wir haben trotzdem alles zerfetzt. Katasagi, Team Haraga, Wisst ihr, wisst, was sie meinen? Ayoah. Äh, Jascha, Solo oder Gruppe? Äh, Solo, aber gute Besserung, Denno. Also, nicht freiwillig. Was warst du eigentlich vorher mit Denno, der ist abgeschwungen? Ganz genau, dem geht's nicht gut. Gute Besserung an meinem Bruder, Inschallah, ist der bald bei uns. Aufschand im Getro. Aufschand im Getro. Ey, 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 what I wear these? Aufschand im Getro. Ärapö. Köln. Eiken 6. Mach mal an. Aufschand im Getro. Aufschand im Getro. Aufschand im Getro. Ja, ja. Getro. Aufschand im Getro. Aufschand im Getro. Ich bin Yoshi, ich muss JJ drücken. Zeugnis war behindert. Aber jetzt bin ich wie ein Vater für 98 Kinder. Ist kein Problem, Bruder. Ich verkaufe deutschlandweit. Ich geb euch einen Job. Ihr könnt alle meine Läufer sein. Boah, die Art und Weise, wie er rappt und rhymt, erinnert mich sehr an Maestro. Muss ich ehrlich sagen. Das ist eure Scheiß, kein Pina Colada. Ich bunkern mein Cash wie Hakimi bei Mama. Lass das Mic brennen, nimm mich deinen Pyroman. Yoshi ist zurück, jetzt rufen endlich wieder Rücken an. Gut, gut. Tschüss, Bruder. Yoshi gehört mir, ganz klar. Wir sind Brüder. Wir schlafen zusammen ein. Wir haben zusammen viel Gas gegeben in Aachen für die Vorbereitung. Ich bin stolz auf ihn, dass er nicht mehr das lebt, was er rappt, sondern jetzt endlich auch ein bisschen das Ganze ans Mikrofon bringt. Und ich glaube, die Leute wissen auch gar nicht, was er so im Petto hat. Deswegen, ich möchte dich gerne mein Team haben, mein Schatz. Komm rein. Hey, wohin, wenn nicht zu dir, mein Bruder? Wir sind da. Hey, weh. Sehr stark, Bruder. Das ist Rassir, ich muss. Ja? Ich schwöre, kein Spaß mehr. Dinaro bitte nach vorne. Dinaro. Ah, den kennen wir ja noch. Ja, das war letztes Mal. Bienvenue. Wow. Yes. Ludwigshafen. Ghetto. Yeah. Ja. Was hat der da? Was hat der da? Was hat der da? Hat ich gestern, jetzt hat der eine Pfanne da? Weiß ich. Bin ich blind oder was? Hat der eine Pfanne dabei? Oder was ist das? Ach, das ist so eine Maske mit so einem langen Kinn. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich dachte, das ist so eine Pfanne. Was macht der eine Pfanne bei sich? Das ist so eine Pfarrer-O-Maske. So unterwegs gut Eier braten. Ich bin crazy. Danke, B****s. Every day. Als wäre mein Name. Daisy aus der Katie Holmes. Sie lücken zurück, brah. Geh mal lieber Fake Streams holen. Formel Flows genau wie sie los, bro. Du willst nem Park, you better pay me mo. B**** jeden der Biken. Ein Franzose macht, Juni. Ich bin der Tett, P****. Seh Dinaro, die Ikonen, ihre Kone. Schnappt. Und falls ich fliege, ist das wie mein Todestag. Wenn ich sterbe, Jungs. Pack mich in ein Gunnenfacher. Oh, check. Oh. Geile Performance. Tijaro International. Auf jeden Fall Wild, Bruder. Wilder Song. Wilde Show, Bruder. Du bist ein Charakter für sich, Bruder. Du bist genau das, was dein Kunst ausspricht, Bruder. Auf jeden Fall. Deswegen, ich sag dir so, Bruder. Komm in mein Equip, Bruder. Und der Rest ist Geschichte. Ansonsten, hat jemand hier noch Interesse oder was geht? Ich hab keine Zähne mehr. Der ist noch Crack, Bruder. Let's go. Ich bin mal echt gespannt, wen ein Akau ihn nimmt, Digga. Der hat so eine halbe Samra-Fresse, ne? So halb auf Samra angelehnt. So sein Gesicht. Bisschen so. Bisschen so. Nichts wird wie früher, sagt ihr an uns. Herz aus Beton. Herz ist tot, Seele schwach. Kopf auf Pilot, lauf durch die Nacht, denk drüber nach. Was richtig, was falsch ist. Wer sagt mir, was bald ist? Unsere Zeit, die ist begrenzt. Wer hat gesagt, es wird einfach? Ja, ist nicht schlecht. Die eine hat so ein bisschen den Loon-Effekt. Der andere hat so ein bisschen den Samra-Gesicht. Wir haben beide gute Stimme eigentlich, ne? Gucken, jo. Ich muss mal ernst kurz hier emotionale Worte aussprechen. Wallah, ich hatte Gänsehaut, Wallah. Wallah, ihr wart super. Ich denke auch, ihr seid ein super Duo zusammen. Deswegen aber, ich weiß, dass dieses Herz da jemand anderem gehört. Deswegen würde ich ihn jetzt sprechen lassen. An Performance arbeiten wir noch, Fatme. Aber wenn du Bock hast, komm, mein Team. Du hast eine krasse Stimme und du bist sehr underrated. Einen Applaus! Stark, stark, sauber, sauber. Sehr starke Performance von beiden. Fatme, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme und du weißt auf jeden Fall, wie du sie einsetzt. Deswegen würde ich auch einladen, mein Team zu kommen. Ja, Bruder, ich sage dir nichts, guck mal, wir sind Freunde, ne? Aber warte. Ich fand sogar beide brutal. Also bei mir seid ihr auch herzlich willkommen. Guck mal, Bruder, was soll ich sagen, ja? Dino, du wolltest auch Fatme, ne? Ja, Bruder, Fatme, was sagst du? Ich oder Dino? Wo will dein Herz hin? Ja, Bruder. Du bist ein, Bruder, ja? Alles gut, Bruder, ja? Was hast du denn? Bist du mit dir jetzt? Ja, morgens nicht. Schwierig, ich war so aufgeregt, ich war gar nicht. Aber ich hab's geschafft und nächstes Mal mach ich noch besser und Aufregung geht dann weg. Ja, soll ihr gegönnt sein, auf jeden Fall. Ich hab gerade ein, zwei, drei Kommentare gesehen, Freunde. Ein bisschen, weil ihr halt ein bisschen übergewichtig ist. Macht sowas nicht. Das ist nicht schön. Ja? Macht sowas nicht. Nicht hänseln, nicht mauben, das ist überhaupt nicht schön. Das ist ein Mädchen, die will ihr Ding machen. Der hat eine schöne Stimme. Ja? Muss nicht jeder diese Traumkörper haben, was eure Vorstellung ist. Macht das einfach nicht. Jeder ist ein Mensch, jeder ist so, wie er ist. Versteht ihr, was ich meine? Alhamdulillah, wir sind gesund. Andere Menschen haben ganz andere Probleme. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb? Macht das nicht. Für eure eigene Charakter auch nicht. Was ich meine, andere fertig machen, weil ihr vielleicht nicht euren Schönheitsidealen entsprechen. Jeder hat eine andere Art von Empfinden, was schön ist. Vielleicht gibt es einen Mann da draußen, der sie wunderschön findet, genauso wie sie ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat sie auch verdient. Genau wie jeder Mensch hat das verdient, geliebt zu werden, so wie er ist. Deswegen, Freunde, ein bisschen aufpassen. Für euch. Ich sage, für euch. Ihr wollt auch nicht gemobbt werden. Ihr wollt auch nicht herabgestuft werden von anderen Menschen. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Macht immer ein bisschen immer mit Herz, immer Herz geben, Freunde. Ihr gebt Herz, ihr kriegt Herz zu regieren. Ich küssere Herzen. Ja, die werde ich mal jetzt auf Vorbildfunktion machen soll, was ich eigentlich nicht bin. Aber man muss Hack sein, Hack geben. Wisst ihr, was ich meine? Ich küssere Herzen, liebe Friends. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall eine wilde Kombination. Ich schaue die Konstellation an. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben auf jeden Fall melodische Dinge. Wisst ihr, wir haben harte. Wir haben eine Fatma, mit deiner Engelstimme. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das kann nur wild werden. Das Tribunal hat gesprochen. So. Check. Check. Ja, die gehe ich press. Yeah. Hasch ist der Dick am Block. Hägt Dickdrugs und Cash. Hab 99 Problems hier bei Icon 6. Check. RZ. Mach sie weg wie morgens. Die Zigarette. Mit Sieger lächeln auf dem Titelblatt. Sie gibt Hände für die Visa. Cut. Komm, lass dich auf mich. Eine Batte. Spicy. Wettbehindert. Lässt die anderen alle stehen. Arroganter Blick. Ich kenn das auch. Sie plays with my mind. Ein Step. Sie kommt näher. Hat ein Auge für Details. Doch sie findet keine Fehler. Schmuck wie ein Roster. Hot Girls. Toma. Sie ist perfekt. Von einem anderen Stern. Von einem anderen Stern. Ey. Ich will gar nicht viel reden. Ich sag direkt der A7. Das Schein. Du weißt Bescheid. Ich küsste Herz, Bruder. Ich muss lachen wegen einem Kommentar. Scheiß Alter. Ach da. Ihr seid gut aufgehoben bei ihm. Ey, war was knapp. 1,5,6. Wir sind da. Es ist der Anfang von was Großes. Wir wissen Bescheid. R7. Nicht wegzudenken. Walla. Super gesungen. Aber der passt. Glaub ich nicht. Also hart auf hart, Bruder. Du hast es nicht in dein Team geschafft. Ich würde dich jetzt auch bitten, den Raum zu verlassen. Aber ich fand den. Wir sind eigentlich eine nice Stimme, für den Junge. Mirel. War ja nicht schlecht. Auf jeden Fall Bomben. Miroslav. Sehr geil. Mal einfach weitermachen. Weiter Gas geben. Auch noch an die anderen. Weil sie jetzt irgendwie rausfliegen, ausscheiden. Drauf hoch. Weitermachen. Elo und... Wo ist das Mädchen aus dem Block, dass ich mich in den Badeten verlebt? Sie hat nur Kopf fix und Kopf wach ist und gelockt. Hab ich dich echt vor den Nachts wach? Hab Schmerz, doch ist okay. Ich werde wieder schwach in meinem Glas. Das ist nur Bombein. Hä ey, warte mal. Boah, das ist doch von irgendwo. Das kenne ich doch irgendwoher. Boah, die Mello ist doch... Boah, ich kenne ich von einem Song, also das kenne ich irgendwoher. Ja, ja. Geht dein Weg, ich will meinen Genen. Mach das Problem, wenn wir uns wiedersehen. Es frisst mich auf. Jeder Schritt, den ich lauf, bringt mich immer wieder zu dir. Ja, 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 ja. Na, eine coole Stimme eigentlich. Ey, Elo. Vergiss alle, komm einfach zu mir. Komm einfach zu mir. Hallo. Egal, wer jetzt... Ja, Asuna will direkt wegficken. Am Anna-Kräume, ja. Hallo, 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 warte, warte, warte. Nein, 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 warte mal kurz. Hallo, hallo. Hilo ist mein Habibi, die kommt zu mir. Hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Ich sag nicht, Hilo entscheid dich, wo dein Herz hingehen will. Okay, ja, so ist am besten. Kein Druck machen, die soll das für sich entscheiden. Ich wollte nur meine Stimme abgeben. Take it easy. Soll ich mich einmischen oder nicht? Ich frag mich gerade. Wer wollte noch? Du auch? Bruder, dein Herz, Ilo. Wie du willst. Genau das, was ich von Anfang an wollte. Falsche Frauen. Natürlich. Lass dich nicht täuschen. Hör auf dein Herz. Guck mal, mach das, mach das. Ich werde auf mein Herz. Fertig. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon gesagt auf dein Herz. Hör auf, hör auf die Leute zu manipulieren. Take it easy. Die ist eine ganz falsche Gefühle. Ja, komm, lass ihn reden, lass ihn reden. Hey, hallo. Take it easy. Warte mal, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir werden entscheiden, Ilo. Aber mein Herz gehört... Hey. So Biggie offiziell. Der Hammer-Hasuna wurde einfach gefriendzündet, Digga. Ja, man muss sagen, die Ilo hat eine coole Stimme auf jeden Fall. Gucken, was sie noch so drauf hat später. Das war's ja. Da wem möchtest du? Dori. Let's go. Im Anzug von Paris, ich komm rarisch, wachrisch. Ja auch, ist okay. Du bist Baba, wenn du willst, kommt mein Team, Bruder. Ich glaube, der kommt in mein Team, ja. Aber tut mir leid, ich glaube, in dir steckt noch viel mehr, du hast einen Vibe. Du musst nur noch mehr, du kannst viel mehr, ja. Finde ich, wie du die Wörter betonst, gefällt mir voll, so diese Endungen von dir. Hast du Bock? Wie du möchtest. Ich bin bei Hasuna auf jeden Fall. Habibe. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. War auf jeden Fall, ich hab ein bisschen aufgeregt, weil ich war noch nie so auf Shows und so weiter. Aber jetzt fängt auf jeden Fall richtig an, die Songs brettern ab jetzt richtig, Alter. Gento! Ich hab einen Mindestlohn. Heute sieht's anders aus, Bruder Mann. Ich knack Millionen. Check. Du bist für kurze Zeit wie Winterreifen. Gehst du in den Knast, schieb man dir in Hinternseiten. Bilderseiten. Schieß'n Paparazzis, Chianonen. Hab's im Blut, guck mein Kusis, du bleib' Ikonen. Biggi. Ja, rap gut. Ey. Will jemand mein Kusis? Ja, Bruder. Blut ist dick als Dingswasser, ne? Ja, ne? Blut ist dick. Komm her, Junge. Was red ich da? Komm her. Das war's auch. Team Biggi. Geht. Wir kommen. Es geht noch. Ey, der Biggi ist voll am Abräumen da, ne? Die gehen alle zu Biggi alle. Ein strammer, bräi. Italien Mafia. Spaghetti Mafia. Gitano. Well. Good luck. Good luck. Oh. No. Yo. Boah, gut angefangen und so. Der Beat gefällt mir gar nicht. Boah, ich hasse solche Beats. So, diese... Boah, mag ich nicht. Rap gut. Der Beat gefällt mir nicht. Bruder, du hast sehr, sehr stark gerappt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Props an dich. Danke. Dann würde ich dich jetzt auch bitten, den Raum zu verlassen. Gitano, baby. Egal wie. Egal wie. Merkt euch mein Name, Gitano. Ich denk's war der falsche Song. Ich glaub im Großen und Ganzen hab ich stark gerappt, bro. Ich fand den Beat am Anfang geil, aber danach... ...wie der... ...Drop gekommen ist, fand ich den Beat nicht mehr so gut. Keine Ahnung. Hat mir nicht so gefallen, ehrlich zu sein. ... 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 kampf anpöbeln ja die tage und ich guck mal wann wir das drehen wahrscheinlich ist laufe der kommenden woche jetzt werden wir das wahrscheinlich drehen welchen sparrings video mit ihm drehen das wird krass einfach gegen ein octagon champion ich bin zwar das zwar lebensmüden style aber muss auch mal wieder sein okay so wir reden jetzt erst mal jesus jesus live mehr tabi ist auch live bz bros in life aber wir reden erst mal jesus geht alle rüber zu jesus liebe friends edis blog haben wir schon reagiert ich habe auf edis schon habe ich ein video schon gemacht freunde das kam gestern raus glaube ich freunde vergiss nicht jeden tag um 18 uhr kommt ein highlight video also heute kam ein video gestern kam ein video gleich wenn ihr langeweile habt auch noch mal einen daumen hoch geben das würde ich mich sehr freuen ich liebe euch danke für den krassen support wir haben heute fast fünf stunden gestreamt wieder mal das ist der absolute wahnsinn mehr habe ich jetzt letztes mal schon geradet liebe friends deswegen habe ich das jesus geradet aber ihr könnt falls einer zu mehr drüber geht könnt ihr auch ganz liebe grüße sagen wie gesagt ansonsten freunde sehen wir uns beim nächsten stream vergisst nicht freunde jeder tag kann der letzte sein macht viel doa betet macht eure gebete unterstützt eure menschen die liebt umarmt eure eltern noch mal vergisst nicht überall gibt es krieg auf der welt wenn ihr könnt hier und da ein bisschen helfen ein bisschen doa machen libanon phalästin überall ist die kacke am dampfen natürlich sollte euer leben nicht aufgeben habt weiter euer spaß lacht alles aber vergisst andere menschen einfach nicht und ja passt bitte auf euch auf seid immer besser als ihr gestern wart und ich freue mich auf den mma kampf der kommt das wird sehr heftig liebe fans ich bin sehr aufgeregt aber ich hoffe dass ich euch nicht enttäusche ja ich wünsche euch alle eine gute nach falls ihr schlafen geht der red ist gleich vorbei geht alle rüber zu jesus sagt ihnen ganz liebe grüße von mir ich liebe euch chat dankeschön für den kassen support dann kann alle die mir auch immer schreiben ich liebe euch passt bitte auf euch auf salamu alaikum kommt gut nach hause oder schlaft gut oder wo auch immer ihr gerade seid haben wir nach kodom ja 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 Bis zum nächsten Mal.